Wie ist die Sägespäne? Seit 2004 werden in Abdenau Bellitz erzeugt, die deutlich über der Norm liegen. Dazu werden in der näheren Umgebung Sägespäne und Huggelspäne gekauft von pultverarbeitenden Betrieben. Zur Druckung der Sägespäne wird ausschließlich Ökowärme von der Ökostromerzeugung verwendet. Ökologie ist die Triebfeder unseres Tools. Durch unsere langjährige Erfahrung und Optimierung der Produktion garantieren wir die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017